hallo und willkommen zurück zu einer neuen folge minecraft und zurück in den kampf gegen das zombie sagen wir jetzt noch mal eine drauf allerletzte speicherpunkt da oh man that was close I'm never going first again where are we in the dark in the middle of nowhere maybe we should bed down for the night it's dangerous to be out when it's this dark though we're headed toward a temple we're looking for a giant building it should be pretty obvious I've were so I've are said well then maybe this is the temp I'm being sarcastic Axel we have to build a shelter I thought that was what I said but you're right we should hurry I say we build a treehouse that'll take forever and we'll be exposed while we do it we just need a quick and dirty hut whatever it is we got to do it fast what in a hut we won't know what's coming until it's knocking on our door treehouse is gonna be spider town I hate spiders let's build a hut it won't take as long it's not that's it Olivia Jesse made the call get started what's the other way we're going to build a hut it's done it's over we aren't talking about it anymore we could have maybe done like a multi-level thing but it's too late now I mean it's it's cool Wir lassen es zusammen, Leute. Oh, Mann! Was? Ich werde dir etwas sagen. Du musst nicht sagen, dass du dich nicht freigst. Was ist das? Ich habe Kucke. Ich habe Kucke. Ich habe Kucke. Nein, nein. Ich kann das nicht machen. Ich versuche. Danke, Jesse. Das war für dich, Jesse, nicht für ihn. Ich bin. Ah, nicht mozzig sein, Axel. Ich bin. Wenn ich sie wäre, würde ich nicht wissen. Es fühlt sich falsch. Alles klar. Dann müssen wir ein bisschen resten. Wir müssen versuchen, dieses Tempel zu früh, wie wir können. Meine Meinung ist, wenn wir mit dem Portal starten... Oh, was hast du gemacht? Ich habe etwas mit dir gemacht? Ich würde wirklich wissen. Weil du immer auf meine Brust für was ist kein Grund. Es ist eher was du nicht gemacht, denkst du? Du denkst? Du bist derjenige, der mit diesem schrecklichen Brust. Keine sagen uns, was zu tun. Geh das zurück. Du kannst. Du kannst. Du wißt du was? Ich bekomme diese Brust, weil ich weiß, wie zu bauen. Aber das bedeutet nicht, dass ich nicht, wie zu verbrechen. Deine Gefahr nicht schreien mich, wenn wir wissen, wie du wirklich bist. Jesse, dein Freund ist weit weg. Ich wollte es nicht, aber ich kann nur so viel nehmen. Wir lassen es einfach. Nicht so, Jesse. Nein. Ich kann nicht weg. Es ist gefährlich da draußen. Ich kann sich selbst auswählen. Das ist was Axel will, oder? Lass ihn weg, wenn er weg. Lass ihn weg, wenn er weg. Du bist nicht weg. Aber Jesse. Das ist genug. Wir sind alle auf dem gleichen Team, jetzt. Er bleibt. Flüssig. Hm. Zombies-Size-Chicken. Das ist das, was ich kämpfen würde. Warum ist das? Weil ich sterbe. Danke, dass mich um mich herum gehalten würde. Ja. Ach, natürlich. Wie immer Regen. Okay, die Nacht ist überstanden. Hm? Hm? Hm. You okay? It was a rough night. It happens. We were all tired and I'm just glad you're okay. Thanks for being so cool about it. Cool beans. Wow. Was ist das denn für ein Gebäude? Um. Okay. We should head in, but let's be careful. It's a good room. What is this place? That's what we're trying to figure out. It's the Temple of the Order of the Stone. Lucas, are you sure? He's right. Look. Holy crap. Do you think they're in there? Let's go in and find out. Let's just all be careful. Okay. If you spot anything, call it out. We don't have a lot of time. Isn't it weird how dispensers are carved to look like spooky little faces? What do you dispense, little guy? I get the feeling that we don't really want to find out. Get behind me. Oh, oh. Das hört sich ganz an einer Spinne an. Da unten sind das Schalter? Oh nein. Ja, Scheiße. Das ist wahrscheinlich nicht ein guter Ding. Oh, come on, Dispenser-Faßes. Ich dachte wir waren Freunde. Ruh! Oh. 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 Oh, I'm not tired. We're trapped. We activated the dispensers with that pressure plate. If we can figure out a way to trigger it again, I bet that'll shut them off. There's a crafting table. Maybe we can make something useful. Out of what? We don't have anything. All of our tools and materials are back home. All right, everyone. Empty your pockets. Let's see what we've got to work with. I have a few sticks left over from building the shelter last night. I've got some flint and a piece of string. All I have are some chicken feathers I picked up after that chicken machine. Oh, let's see. I've got some flint and steel, a sword. Oh, and some string from a spider that I bought in the woods earlier. String, sticks, flint and feathers. Oops. Ein Bogen. Ich weiß es. Oh, verdammt. Aber ich weiß nicht mehr wie. Hier. Moment. Ich hab's. Einmal Rezepte. Genau. Ein Bogen. Dass ich nicht mehr wusste wie ein Bogen ging. Meine Güte. Und jetzt Pfeile. Wie war denn das? Ein Pfeil, genau so. Haha. Ach, ach, ach. Mach das. Ach, ach, ach. Ach, ach, ach. Well done. The Order of the Pig's Luck is changing. All right. Oh ja. Das tut das nämlich ganz genau. Okay, das hilft uns gerade nicht. Was haben wir hier? Ein Buch. Eivor war ein Mitglied der Orden des Stoen? Die Geschichte nie hat ihn erwähnt. Das ist so crazy. Wow. Das könnte sich erklären, warum Eivor hatte so eine Begründung gegen Gabriel. Sie schiefen uns. Sie schiefen der ganzen Welt. Warum würde sie das tun? Mann, ich kann nicht glauben, dass du ein Mitglied der Order des Stoen hast. Das ist so crazy. Die Order vielleicht nicht wie wir es waren, aber Petra ist noch da. Das Monster ist noch da. Jesse ist richtig. Wir müssen uns auf das, was wir hier haben. Wo gehen diese Stoen? Hmm. Nur eine Art, um herauszufinden. Das ist so cool. Wow. Was ist mit den Stoen? Mehr als was mit diesem ganzen Ort. Das muss man dort treffen. Also, wo sind sie dann? Gabriel sagte, dass, als wir den Tempel finden, das Amulet führt uns zu der Order des Stoen. Na, was hast du erwartet? Dann hol es aus. Hmm. Ist... etwas zu passieren? Na, das war ein Verletzung. Da muss man etwas missen. Wir haben etwas, was wir missen. Schau dir und sehen, ob du etwas findest. Was hast du gemacht? Fertikata? Es ist eine Mappe des gesamten Welt. Das ist viel besser als das in Endercon. Hmm. Was hast du gesehen? Nichts. Was auch. Axel? Hat er vielleicht irgendwas rausgefunden? Findet du etwas interessantes in diesem Buch? Die einzige Sache, die ich so weit gefunden habe, ist, dass das Amulet benutzt wurde, um die Positionen der Mitglieder der Order. Und... Und... Wie? Es ist weniger technisch und... mehr historisch. Vielleicht muss man das hier irgendwo... Ah, ein Podest. Es ist das gleiche als das Amulet. Ja, dann darf ich mir das drauflegen. Und jetzt? Vielleicht hat der Ruben noch eine Idee. Hey Ruben, find any clues? Geht's dann sehr gut. Wenn wir das dann, das hier, dann müsste das ja nicht passen oder? Hm. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Verdammt, das wollte ich gar nicht. Jetzt den hier, oder? Wie? Warum geht denn der hier hinten nicht? Ach. Wie? Warum macht der denn hier gar nichts? Was? Es ist wirklich unglaublich. Wie haben sie das gebaut? Okay. Jetzt bin ich gemerkt. Das ist, was Gabriel wollte uns zu finden. Es ist die Ordnung. Es zeigt, wo sie jetzt sind. Wir wissen nicht genug, wie das Ding funktioniert. Vielleicht ist der Amulet nur auf dem, wenn sie auf der Ebene sind. Oder vielleicht ist es nicht funktioniert, wenn sie in der Nieder. Wir müssen nachdenken, was wir wissen. Hm. Es gibt nur zwei Lichter auf der Ebene. Es gibt nur zwei Heroien, dann wissen wir, was wir tun müssen. Petra ist auf uns. Der Withersturm ist noch da. Wir wissen, dass Gabriel uns etwas zu erzählen. Wir müssen finden den Ordnung der Stein. Aber es gibt nur zwei Lichter. Es gibt nur zwei Mitglieder der Ordnung? Er sagt, Soren ist weg. Das bleibt Magnus. Oder Eligard. Wir gehen. Ich bin nicht mit euch. Ich muss hier bleiben. Wenn ich weiß Petra, sie wahrscheinlich macht alles, was sie kann, um zu finden. Sie ist noch da. Sie ist noch da. Sie ist noch da. Wir brauchen deine Hilfe. Sie sollten mit uns kommen. Nein. Sie brauchen mich nicht. Das ist, wo ich sollte sein. Wenn es eine kleine Chance gibt, sie ist. Ich muss bleiben. Okay. Sie haben ihn. Und wenn es um die Destruktion kommt, Magnus ist der Master. Du bist eine smarte Person, Jesse. Und sicherlich ist das smarte, was zu tun ist, zu gehen zu Magnus. Ich... Ich bin hier. Komm schon, Axel. Für Petra's sake. Okay. Ich werde das machen. Für Petra. Ich werde das machen. Uh... Leute? Ich werde das machen. Oh nein. Oh nein. Oh nein... Oh nein. Lassie und Olivia zurückkommen zu den Netheren, die Intente zu finden, Eligard, der Redstone-Engineer der Redstone-Engineer. Und sie finden sich in einem Ort eines Mechanischen Marvels, Redstone-Rarities. Erstaunliche Maschinen, die nur von der Erinnerung ihrer brillanten Kreatur sind. Während der große Sturm aufhört, konsumiert alles in ihrer Wege. Zeit für unsere Intrepid-Heroen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also dann, ciao, ciao.